Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich hier um den springenden Wehensucher, den ihr hier schon vor euch seht. Und ja, das Ding ist sogar ein Flugmount und das ist nur das Mount Special. Also man kann leider hier nicht in BFA fliegen, aber zumindest als Mount Special kann man fliegen und wenn man in Non-BFA-Zonen ist. Ja, das Ding kann man einmal in Nazmir fahren. Ich kann euch schon mal ein bisschen Farmspots zeigen und zwar einer ist quasi hier unten, wo wir sind. Im Endeffekt kann es bei allen Blutrollen hier in Nazmir droppen. Ein Farmspot ist hier unten, wo wir sind. Dann gäbe es einen Farmspot hier in der Turtle, der ist aber meistens ziemlich ausgereizt, weil es so der bekannteste Farmspot ist. Und dann gibt es nur einen, ein bisschen seltener, den man hier unten quasi benutzen kann. Ich möchte jetzt am meisten quasi auf den hier eingehen, den ich jetzt selber auch benutzt habe, wo ich auch das Mount vorhin bei einem Groupmate, da hat der Russen Groupmate hier das Mount bekommen. Ich hatte jetzt gesagt, ich bin kurz AFK, dass ich hier die Dings aufnehmen kann. Jetzt looten wir hier mal kurz rein, vielleicht kriege ich es ja zufällig. Ne, ich habe es nämlich schon. Also wie funktioniert hier prinzipiell der Spot? Wir stehen hier quasi an einem von diesen drei Haufen rum und hier spawnen eigentlich relativ gut Mobs, vor allem an den anderen Haufen und außen hier rum. Und es wird eigentlich immer nur von den äußeren Haufen bzw. von dem umliegenden Zeug hier alles an den einen Spot hingezogen. Und man kann quasi mit den meisten Leuten hier stehen bleiben. Alle anderen ziehen die Mobs her und man lootet. Jetzt sind hier gerade ein paar andere Leute, was das natürlich ein bisschen erschwert. Je nachdem, wie viele hier sind, kann man halt relativ gut farmen oder relativ schlecht. Das ist halt immer die Sache, ob man auch andere Leute hat, die mit reinhauen. Das ist im Grunde der Spot. Ich habe jetzt hier für etwa eine Dreiviertelstunde gefarmt und habe einen Mountjob gesehen. Selber habe ich leider keins gekriegt, wie es so oftmals ist. Von der Drop-Chance nimmt es sich eigentlich nicht viel zu dem Healing Mount quasi, was wir in der anderen Zone haben. Was ich euch schon vorgestellt habe. Es ist halt wieder eine Lack-Sache. Ich habe mir das Ganze einmal im Auktionshaus gekauft. Hat für das Mount mich 325.000 gekostet. Da ich für mich beschlossen habe, dass ich keine Lust habe, über 5-6 Stunden hier zu farmen oder womöglich noch länger. Ihr wisst ja, bei dem anderen Mount habe ich 5 Stunden gefarmt und habe es nicht gekriegt. Und dann habe ich mir quasi alle weiteren einmal im Auktionshaus gekostet. Ihr seht, hier kommen eigentlich konstant Mobs. Nachher ist es auch wieder so eine Questing-Area. Heißt, wenn nicht mehr genug Mobs in der kompletten Area sind, spawnen sie instant nach. Also man hat hier genug Mobs. Ob es nicht effizienter wäre, an sich zu verteilen, ist die Sache. Hier ist es halt bequemer, weil man an einem Spot stehen kann. Das finde ich immer ein bisschen angenehmer. Dann muss man halt nicht von Spot zu Spot rennen und die Mobs wieder looten. Was ich immer ein bisschen nerviger achte. Ja, das ist soweit das Video hierzu. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht andere Spots habt, die ihr sagt, okay, die sind jetzt noch besser als die drei genannten. Schreibt die gerne in die Kommentare rein. Teilt die mit der Community. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde mich natürlich noch interessieren, wie es bei euch ausgesehen hat. Ob ihr es Mount schon bekommen habt. Wie viele Tries ihr gebraucht habt. Beziehungsweise am besten in Stunden ist so ein bisschen der beste Referenzwert, würde ich sagen. Oder ob ihr auch resigniert habt und euch gesagt habt, komm, scheiß drauf. Ich kaufe mir das einfach für ein paar hunderttausend im Auktionshaus und erspare mir so ein bisschen die Farmerei. Ich habe übrigens bei keinem Spot bis jetzt BOEs gekriegt, möchte ich bloß gesagt haben. Das wäre ja eigentlich noch so ein Faktor, um hier zusätzlich zu farmen, um Gold zu machen. Das Glück hatte ich auch nicht. Anscheinend liegt mein Glück in anderen Bereichen. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen. Soll das der Fall sein, würde ich mich über den Daumen nach oben. freuen. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.